Was ist die Gestaltete interreligiöse Gastfreundschaft? Auf Augenhöhe, das ist für mich das House of One. Ich wünsche dem House of One viele gestaltete Zwischenräume. So können wir offen für andere respektvoll Zeichen des Miteinanders setzen. Unser Glaube, unsere Spiritualität führen uns mit Menschen zusammen. Sie lassen uns nicht in Abgrenzung und Abwehr verharren. So wünsche ich dem House of One wie allen anderen interreligiösen Initiativen, Projekten und Begegnungsräumen Gottes Segen, ihre Geistkraft, Beharrlichkeit, Humor und Weitsicht. Denn wer sich der Tür zu Gott nähert, der sollte sie weit aufstoßen und nicht sofort wieder verschließen.